Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und bewertet auf jeden Fall das Video. La, 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 alles hier aufräumen, so, okay, jetzt die Cola hier, die muss hier hin. Icky, du bist wirklich sehr fleißig. Ich weiß, ich nehme meinen Job auch ziemlich ernst, ich bin mittlerweile ja auch Familienpapa. Ich habe eine Familie und um die muss ich mich auch kümmern. Sehr gut, Icky, du bist wirklich sehr, sehr fleißig, du darfst dir meinetwegen einen Cookie nehmen. Oh, lecker, yum, 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 so und jetzt, da kommt der Staubsauger hin, ich habe hier gerade alles gesaugt, so, ich bin fertig und hey Freunde, abonniert auf jeden Fall den Kanal hier, drückt auch rechts daneben auf das Glöckchen, damit ihr ein Teil der Icky-Armee werdet und gebt dem Video danach einen Daumen nach oben, ganz genau. Und schreibt doch ein süßes Kommentar, damit ich euch im Video anzeigen kann. So, ich habe jetzt hier fertig aufgeräumt und jetzt darf ich gehen, oder? Icky, schau mal, Icky-Lina wartet auf dich. Wo? Hallo, Icky, weißt du, worauf ich richtig Lust habe? Ich möchte mit dir und unseren Kindern in den Urlaub. Oh, ja, das klingt nach einer richtig hervorragenden Idee. Unsere komplette Familie sollte in den Urlaub. Das ist eine super Idee. Was haltet ihr davon, Leute? Soll ich mit unserer Familie in den Urlaub? An Strand? Wo? Ihr könnt entscheiden. Sollen wir an Strand, in den Dschungel, auf ein Baumhaus, in die Wüste? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Los, 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 los. Weißt du was, Icky-Lina? Wir machen Urlaub, wir machen Urlaub, wir machen Urlaub. Komm, 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 komm. Ich habe die Sandwiches eingekauft, Leute. Und die sehen super duper lecker aus. Papa! Icky, Papa! Icky, Papa! Schau mal, ich habe eine Sandburg gebaut. Wow! Die sieht wirklich cool aus, mein kleiner Junge. Sogar mit einer grünen Fahne. Mit Muscheln. Die hast du wirklich toll gemacht. Papa! Ich habe Hunger! Weißt du was? Da hast du ein... Willst du ein Sandwich? Ein Kiwi-Jelly-Sandwich? Ein Cheese-Sandwich? Chicken? Was ist das denn? Ein Blatt-Chicken. Willst du das? Oder die Früchte? Die Früchte kommen bitte zu uns. Okay, ihr wollt also die Früchte haben. Hier, da habt ihr Weintrauben, Kirschen, Blaubeeren, Orange, Äpfel, Erdbeeren, Banane, Birne und das große da ist ein grüner Apfel. Keine Ahnung. Dankeschön! Papa! Ich will ein Sandwich mit Chicken. Da für dich und da für dich. So, und ich gehe jetzt ganz schnell eine Runde tauchen. Da habe ich richtig Lust drauf. Papa! Kannst du den Sonnenschirm wegmachen? Wir wollen Sonne! Klar, kann ich den wegmachen. Moment. So. Mach ihn mal zu uns. So, hier bei euch. Ich hoffe, das reicht. Ich gehe jetzt tauchen. Was ist denn das da drüben, Leute? Oh Gott, oh Gott. Da drüben ist etwas Gefährliches. Geht da nicht hin. So, ich gehe jetzt erstmal hier weiter tauchen. Mama, ich will Früchte essen. Ja, du darfst welche haben, aber du musst vorsichtig sein. Da sind Kerne drin. Verschluck dich nicht. Mama, ich gehe spazieren. Aber Vorsicht. Warte. Geh nicht da drüben zu den Booten hin. Die sind gefährlich, okay? Das ist irgendetwas von der Regierung. Papa! Papa! Ich gehe in Baby-Icki gehen Boote besuchen. Baby-Icki. Boah. Was ist das? Baby-Icki wollen Boote. Baby-Icki wollen Boote. Baby-Icki. Baby-Icki auf Kanone. Baby-Icki auf Kanone. Baby-Icki auf Kanone. Baby-Icki auf Kanone. Baby-Icki spazieren. Baby-Icki bauen Sandburg für Papa-Icki und Mama-Ickiline. Baby-Icki brauchen Sand. Baby-Icki brauchen Sand. Baby-Icki-Icki. Sand, Sand sammeln. Sand sammeln für Papi und Mami. Mami und Papi. Mami und Papi. Mami? Papi? Hilfe! Mami? Mama hier? Mami? Mama, Papi, Ickeline! Papa, Icki! Oh nein! Mama und Papi weg! Papi, Mami! Hilfe! Hilfe! Papi, Mami? Papi? Mami? Papi, Mami! Hilfe! Ich vermisse Mami und Papi! Hilfe! Hilfe! Ey, Kleiner! Komm mal hier rein! Wo rein? Hast du dich verlaufen, mein Junge? Ja! Und Papi und Mami ist weg! Ich bin für immer alleine! So ein Quatsch aber auch! Du bist nicht für immer alleine! Wo wart ihr denn zuletzt? Wir sind am Strand gewesen! Ich habe Schiffe gesehen! Bin zu Schiffe gegangen? Und jetzt bin ich alleine! Junge, der Strand ist hier um die Ecke! Du musst nur rausgehen! Da vorne ist der Strand! Ha 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 ha! Ha ha ha! Außerdem siehst du aus wie Icky! Papa Icky! Papa Icky! Papa Icky! Pip-papa Icky! Motorrad fahren! Brum-brum-brum! Motorrad! Das ist mein Motorrad! Stehen geblieben! Hilfe! Hilfe! Bleib stehen! Sofort! Mein Motorrad! Papi! Mein Motorrad Papi! Schenke ich Papi! Boah! Papi wird froh sein! Ich bekomme Süßigkeiten! Und ich bekomme Spielzeug! Papi! Ich will Papi! Papi! Mami? Wo seid ihr? Hm! Hallo! Hallo, Kleiner! Komm mal hier rüber! Ich habe Süßigkeiten für dich! Süßigkeiten? Yummy! Wo sind die Süßigkeiten? Ha ha! Komm einfach näher zu mir! Ich habe ganz viele Süßigkeiten! Nein! Du siehst gefährlich aus! Und Papi und Mami haben gesagt, ich darf nicht mit gefährlichen Leuten mitgehen! Was hast du da? Das ist ein Spielzeug! Du kannst auch da mitspielen! Du willst mich reinlegen! Ah! Du doof, Mann! Ey! Stehen geblieben! Hilfe! 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 Papi! Schiffe! Boote! Schiffe! 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 Hilfe! 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 Mami! Papi! Mami! Papi! Nein! Nein! Nicht runterfallen! Ah! Ah! Papi! Ah! Papi! Ich ertrinke! Mami! Papi! Papi! Hilfe! Hilfe! Icky, komm mal rüber! Hey, hey! Was ist los? Kannst du Baby-Icky suchen? Der ist schon den ganzen Tag weg! Oh, oh! Nicht, dass er sich verlaufen hat! Ich komme sofort! Wartet hier! Okay, wir müssen jetzt Baby-Icky suchen! Der ist irgendwie weg, Leute! Wenn ihr helfen wollt bei der Suche, gebt dem Video auf jeden Fall einen Like! Also einen Daumen nach oben! Die letzten Videos hatten alle richtig viele Likes! Das wäre richtig cool, wenn wir in diesem Video wieder so viele Likes schaffen würden, ja? Außerdem könnt ihr mir damit helfen, unser kleinen Baby wiederzufinden! Baby-Icky? Oh, wie ich ihn kenne, war er bestimmt hier bei den Schiffen! Ich habe ihm doch gesagt, er soll nicht hierher langgehen! Hier ist es gefährlich! Hier sind ganz viele Klippen und Höhlen! Papi! Hier unten! Hier? Baby-Icky, bist du hier? Papi! Warte! Ich komme! Ich nehme ein paar Blöcke mit! Warte, 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 mein Kleiner! Papi ist schon unterwegs! Ich komme runter! Papi! Hilfe! Wo bist du? Wo bist du? Papi, hier! Komm, 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 komm! Ich habe dich! Komm, wir müssen jetzt hoch! Papi, Hilfe! Ich habe Angst! Ich rette dich! Mein Kleiner! Oh, Vorsicht, ich brauche Luft! Jetzt wird es gefährlich hier! Und... So, also ich habe jetzt erstmal genug vom Urlaub! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute! Das war echt ein bisschen zu viel Urlaub! Aber hey, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos von mir sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal! Drückt auch rechte auf die Glocke, damit ihr ein Teil der Ikeami werdet, Leute! Schreibt ein süßes Kommentar, um angezeigt zu werden und gegrüßt zu werden! Und morgen geht es spannend weiter! Schaut doch unbedingt meine alten Videos! Tschüss!